WELCOME! 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 Schiechleute! Schiechleute! Was geht ab? Ich bin's Lukas und das ist der... Und ich bin's FreddyFest Bär! Moin! Also glauben sie die Geschichte ist wahr dass du Freddy bist? Jo! So wir spielen heute Freddy Ja In diesem Spiel geht es um diesen... Junge HALT DIE F*** Wir laufen um diesen Treckskel jetzt gleich weg Und ja dann würde ich sagen Sascha gehts los oder? Ok tschüss Ok angekommen Dann Wohin guckst du? Hä ist der Waffe Ok let's go Oh mein Gott Lauf 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 Warte mach dein Licht am besten weg irgendwie Ich hab das Gefühl da kommt er von der Seite Aber ich seh da nicht Ich seh alles Ich seh da aber nicht Ich aber nicht Was ist das? Ich seh die nicht mehr Der kommt der kommt Blau 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 Er hat sich zurückklärt Du hast auch nie was gesagt Dein licht stört so unermal Oh shit ich glaub der hat gar keine Ruhe aus Glaub ich sie auch Glaub ich sie auch Was war das für dich da hinten? Ey wir sind hier an der Stelle wo du auf einmal einfach angerannt kommst ne? Stimmt Ist er da hinten? Wollen wir zu dem gehen weil sonst ist hier ja langweilig Ey da hinten hat's grad geleuchtet Wo? Ja da wo du jetzt hinleuchtest da Das leuchtet irgendwann die ganze Zeit Eben Schon wieder Oh da ist niemand Lass mal weiter gehen Ja Ey Freddy falls du uns hörst komm doch mal Ich würd da nicht reingehen du Oh shit Bist du grad wirklich in dem Spawn-Dings gerade reingelaufen wo du den Jumpscare bekommen hast? Ja Ja das ist auch schreck Lass mal zoomen gehen Weil sonst ist hier ja langweilig Oh Okay Lauf, 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 lauf Oh shit Oh shit Oh shit Eh Oh Eh eh Von wo? Eh Hä? 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 Es wird schon gehen Ey ich glaub der ist da 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 Ich seh das Ich seh das Aus der Wand da ist Licht Lass hier weiter gehen Ganz schlechtes Ding gerade Okay Aber war doch kein Zufall Dass eben einfach Oh Gott Oh mein Gott Nein 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 neiniin Nein 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 Der kommt in Kunft H Beginnen sie Das war keine gute Idee Sascha bis noch da? Ja ich kann hier Oh shit Soll ich mal nach Länden gucken Oh Gott Oh, Scheiße. Er ist genau hinter uns. Lass gerade reingehen in die Mitte. Ey, ich will nicht in die Mitte gehen, du. Ich würde jetzt einfach nur laufen. Okay, komm, lass rein, lass rein, lass rein. Lass rein, lass rein. Okay, links, links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Oh mein Gott, lauf einfach. Bist du genau hinter mir? Jawoll. Er auch. Er bringt mich da unten. Das war so eine gute Idee. Stimmt. Oh mein Gott. Er ist gerade zu dir gerannt. Er hat mich an mich gesehen. Dann hat er dich gesehen. Und dann ist er hier an die Hinterge. Und bin ich reingegangen. Wo er ist auch zu dir reingegangen. Deswegen hat er mich gekriegt. Der hat gerade so eine Abköstung bei mir genommen auf einmal. Wirklich? Aber er wurde schneller gemacht. Der hat mich verarscht gerade. Der hat sich so hingesneakt oder so. Weil das Licht war ganz am Boden. Ich habe gedacht, das wärst du. Und auf einmal höre ich die ganze Zeit diese Schritte. Boah. Und dann nimmt er bei mir einfach voll diese Abkürzung. Ey, das war ich. Ne, das war er. Ich war das. Echt? Okay. Glaubst du? Äh. Wie macht man diese schneller Taktik? So? Laufen. Also. Und dann die ganze dieses Rutschen. Ja, genau so. Okay, zweite Runde. Also hier ist die gefährlichste Stelle. Weil der kann von links kommen. Und von rechts. Und von diesen Gängen. Wirklich? Hier sind zwei. Einmal die Runde. Oh mein. Hä, der ist im Boden geglitscht. Sein Kopf guckt noch raus. Wissen. Deswegen hat er auch so klein. Weil er auch so klein war. Deswegen war das Licht dann so klein. Wir haben es irgendwie geschafft, ihn in die Map zu glitschen. Müsst er gar nicht sein. Ich glaube, das ist so ein Zeichen, wenn er diese Geräusche macht, dass er uns hört. Glaub ich nicht. Der ist genau da gerade vor uns. Ähm. Der hat das. Hat Manu gemacht. Femineur. Er hat auch eine Lobby gemacht. Wollte ich sagen. Wo? 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 Keine Ahnung. Ich glaube, der hängt... Nein! Oh mein Gott! Shit. Geh nicht rein. Lauf einfach. Ey, ne. Der hat schon wieder eine Abkürzung genommen. Ey, der nimmt Abkürzungen. Das ist doch voll unfair. Ey, Leute. Komm. Für euch. Ich geh gleich rein. Ich geh gleich rein. Woah. Shit, 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 shit. Ich bin drin. Ich bin drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sascha. Ich hab's geschafft. Der kommt, der kommt, der kommt. Ich hab's geschafft. Ja. Was? Ich hab ihn abgehangen. Ich bin ein bisschen schneller, wenn ich rutsche. Weil ich rutsche bin ein bisschen schneller. Ich hab ihn gerade in den Gängen, ich hab ihn in den Gängen gerade so verwirrend gemacht. Ich hab's gerade geschafft, ihn abzuhauen. Unsere Fresse aufkommen. Oh. 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 Ich bin egal, ne? Ich werd hier gleich sterben wegen so nem Monster. Ach, ist ja nicht schlimm. Sascha, ich hasse dich. Du sagst mir immer nie. Der kommt jetzt. Oh. Wir hab's geschafft. Ey, du sagst wirklich immer nie was. Äh. Äh. Hä? Sascha. 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 Der ist komplett unter der Map geglitscht. Ja? Guck mal. Guck mal. Der ist genau... Guck mal. Der ist genau unter der Map. Hä? Der ist genau unter der Map. Man sieht ihn nicht mehr. Hä? Wir haben... Hä? Wir haben einfach das Spiel kaputt gemacht. So Leute, dann würde ich an der Stelle sagen, weil wir haben es einfach geschafft das Spiel zu querschen. Dann würde ich sagen, äh Sascha, was hast du noch dazu zu sagen? Wir haben Freddy gekillt, würde ich sagen. Wir haben Freddy gekillt, würde ich sagen. Und was sind wir? Äh, Freddy Killer. Und? Oh, ich hör schon ein bisschen. Äh, krass. Und? Bananen. Richtig. Denn ich würde sagen, hau rein. Wwwird come. overlap 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 fotograf at over vid Bis zum nächsten Mal.